hier zu fahren, also das werde ich hoffentlich schaffen und dann natürlich die Mission zu fahren und ja, das gibt hier wirklich gerade ein paar Frame-Einbrüche ich vermute mal, dass es gerade am Spiel liegt und Performance-Probleme am Spiel sind, denn solche Probleme haben andere YouTuber auch also bin ich nicht der Einzige so, ich hoffe das passt von den Sounds alles, ich musste schon einmal einen Computerabsturz hinnehmen und da hat das ungefähr so gepasst, jetzt habe ich das wieder so hingestellt